2 und wo sie endlich was drauf machen weiter warum ist deine Fackel was soll das was soll das warum ist deine Fackel ich dich da gesetzt guck mir das schon jemand von uns ohhhh auf die weiter da hochkrieg jeden Tag in Europa mit Nix ich muss noch mal kurz die die Erlebnisse die neue Scheiß Brauerei hat es glaubt die Klappe kriegt er wir haben alle Prozent brauchen den Neu-Neder-Portal und dann das geht nicht mehr wo bin ich hier wer nicht wer nicht mit einem Meter warten habe ich schon gemacht Also bin ich gerade dabei. Ich habe auch meine Kartoffeln und Karotten alle reingetan. Und meine Sparakte. Und meine Pistons und mein anderes Zeug, was für ihn nützlich werden könnte. Ich tue meinen Obsidian auch mal kurz rein. Obwohl, ich brauche schon mal ein Verzauberungstisch. Brauche ich vier davon. Ach ne, ich habe noch gar kein Buch mehr. Ich brauche jetzt das da. Ach so. Das da und das da. Oh ne, du musst Leder finden. Du musst Leder finden. Aber keine Kürtel. Ja, genau. Aber keine Kürtel. Ja, genau. Genau, dass Paul, falls der Bernie sich gegen ihn wendet, auch noch irgendwelche Kühe kriegt, dass er sich auch noch einen Verzauberungsstisch bauen kann. Ja, da lacht er gleich wieder. Hinter 40. Ja, allerdings. Fast zu hinter 40 wie du. Und wo ist ein Foto? Du. Wo? Nicht wer? Du. Wo du fröhlicher. 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 Ich flog. Äh. Es wäre übrigens gut, wenn du auch... Kann man Neta-Rack-Dings machen? Äh, Stufen? Äh, mit den Neta-Steinen, die man im Neta-Festum findet. Kann man das machen. Kann man das machen. Ja, kann man. Ja, kann man. Oder? Alter, sauerweil. Wie oft denn ist das denn jetzt? Ja, aber ich glaub nicht. Alter. Geh nicht am Arsch, wenn du mich angreifst. Weil ich hab Instant Damage 2. Damit bist du mit 2 Dingsen tot, egal welche Rüstung. Instant Damage 3. 2. 2. 2, was bringt der? 2. 2 davon, du bist tot. Ja, genau. Ähm. Hat der für 5 Herz den Schaden zu. Äh, wie groß musst du Neta-Verteile sein? Äh, nein, nein. Da dann nochmal. Da dann... Hauptsächlich lauf die ganze Zeit von meinem Haus zu. Zu hierher. Mach mir jetzt back Potatoes. W-höh. H-h-h-h-j-h-kg. Doppel wie macht man mit sagt er mich sagt er nicht 2 6 7 340 aus Das heißt so, ja. Sag's ihm nicht, Mama. Toll. Notfalls probier ich halt so lange aus, bis es funktioniert. Du musst wahrscheinlich noch in der Minecraft-Wiki nachgucken. Ja, wahrscheinlich macht's das auch gleich. Na doch, geht. Ich dachte grad schon wieder, ich krieg schon wieder kärfer, Mensch. Jetzt hab ich mich selber angezündet. Ach so, ich weiß wieso. So, jetzt hab ich's endlich. Mein Netaportant. Leute, ich glaub, meine Rüstung ist so krass, dass mir Zombies voll oft schlagen müssen, bis sie überhaupt Damage machen. Weil ich stand grad die ganze Zeit von einem Zombie und hab wieder gedacht, ich krieg kein Damage, dann hab ich plötzlich doch Damage bekommen. Da wären Schafe. Lala. Ja. Und außerdem ist der Invisibilitrank auch gut gegen Mops. 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 Weil... Ne, mich. Gegen Mops, ja. Weil die sich nicht sehen, aber... Mops... ...Mops. ... Dangerz zu dir! Meredith, ä Was? Mein Nachname Vielleicht, aber nur wenn ich daran denke, meinen auch rauszuschneiden Ja, kannst du wegen mir auch rausschneiden, aber ich bin noch nicht bereit, meinen ganzen Namen hier reinzupressern Auch nicht Du guckst doch eh keins rein Naja, und irgendwann guckst du immer Unsere Lehrer gucken das immer Mein Arm und was ich mache und sowas, das wäre nicht unbedingt online Also schneiden wir unseren Namen aus, das wäre geil Ja, und das, was ihr vorher erzählt habt mit McDonalds und so, was? McDonalds? Ja Das soll ich drin draußen Ja, okay Aber vielleicht das, wo du die ganze Zeit äh Äh, wo ich die ganze Du bist nicht was? Wo, ach nix Ich versuch einfach das rauszuschneiden, wenn nicht man denkt Äh, Paul, sag mir mal das Biom, wo du bist, Mann Na? Alter, du bist doch so ein Spaß, was? Nein Wir wollen ja nicht unsere türkischen Zuschauer hier Wie dessen, Alter Mann, hier sind nirgendwo kühlschneiden, aber doch hier sind überall kühlschneiden Hey, stimmt Ich kenne dich hier mal, aber wenn ich sonst dann bei meinem Haus mache Ziemlich verweist sogar Ja, weil er das erste Portal gebaut hat Geh nochmal zurück Boah, wenn ich jetzt bei dir rauskomme, lass dich für eine große Wehe Hoffentlich Nein Doch Du kannst dich wieder zu deinem Haus zurückladen Und da wieder in das Metaportal reingehen lassen Ja, du hast die Endertruhe geklaut Wer schlägt mich, jetzt hör auf, wir Ja, du hast die Endertruhe geklaut Ja, du hast die Endertruhe geklaut Du hast die abgebaut Ja, und? Alter, du bist doch so blöd, ich hab keine Endertruhe, Mann Ja, und? Wie kannst du dir holen? Alter, ich hör auf, ich mach dich das fertig, Mann Wer schlägt mich? Ich schlägt dich mal Du hast mich geschlagen Du hast meine Sachen eingesammelt, jetzt gibst du wieder die Ja, erst wenn ich das Hab, was ich haben wollte Weiß ich nicht, das ist Obsidian von der Endertruhe Ja, das hast du ja im Hintergrund So Oder hier drin Hier, hier, so, oder? Holfer, füß dich aus meinem Haus, geniegt dich denn nicht Ja, wenn er mir meine Sachen wiedergibt, dann bin ich weg Und das kann ich dafür, dass dein scheiß brutal macht halt zu Du gehst nicht hin Nee, ich krieg nicht alles, Junge Jetzt gib mir mal Ja, was, äh, Pfeile Bogen? Mein Bogen Nee, der ist besser als meiner Gib mir den Bogen Lalalala Ernie Fleisch Zu bisschen Wo ist mein Schwert? Das gebe ich dir erst als letztes, damit ich schnell abbauen kann Tschüssi Alter, du scheiß Porta-Fiech. Deine Mutter... Gut, dass ich noch nen... Das ist doch scheiße, dass du woanders rauskommst. Ja, dann darfst du leider nicht mehr in den Nähter gehen, sonst muss ich dich leider jedes... Nein, du brauchst doch seine scheiß Nähterzeug zumachen. Toll, jetzt muss ich ne Enderperle suchen, damit ich meine Diamanten wiederhaben kann auf meine 5 Unsichtbarkeitstränke. Paul, bist du in meinen Nähter-Präsidenten? Ja, und dann hat er deine Ender-True kaputt gemacht, einen Teil von deinem Haus und äh... Ja, aber jetzt eben, du Honk. Ja, ich bin durch deinen Traum gekommen. Alter, nein, ich dachte, ich denke, ob du jetzt gerade da wieder reingegangen bist. Nein, ich bin nicht da reingegangen. Wie bist du euch so schnell da hingekommen? Weg. Achso, stimmt. Toll, jetzt muss ich hier Endermänner suchen. Toll, wo bist du? Weg. Wo? Ja, weg. Nein, noch nicht daheim, ich bin auf dem Weg nach Hause. Ne, er ist ja weg. Ge-Baked-Ktoffels. Und ich wollte dir noch Wolle anbieten, ja? Dann, dann macht er sowas. Ja. Paul, du hast'n kleinen Penis. Du bist auch so ne Muschi. Nix Besseres zu tun, als mich zu verfolgen. Hey, ich hab' dich zu schlagen, du hab' ich gesehen. Alter! Alter, du wirst uns nicht bei euch nicht. Ich brauch' jetzt ne Enderperle. Los-Monster-Sporn. Sporn. 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 Sto-P. Sporn. Man, hier müssen doch irgendwo scheiß Endermänner sein. Paul. Kann man nicht irgendwie einschellen, dass die mehr spornen. Okay. Ich hör auf. Alter, hör auf, ich hab' dich recht einfach aufgefressen. Okay. Er kann ruhig aufhören